Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Clodet Party, ja, vier Clodets. Survival, eine will survive und eine will survive. Vier Clodets und eine will survive. Vier Clodets und eine will survive. Doch die anderen drei lassen sie nicht. Sie verschwindet einfach im Kalär. Denn sie holen sie nicht vorm Haken, denn sie holen sie nicht tot aus. Okay, der hat 100 pro Spice von den Shadows und nun weiß er, wer es nicht hier will. Komm, hör mir auf mit dem Scheiß. Ich fall auf diese Farmingrunden nicht mehr rein. Duke Nukem. Duke Nukem. The Duke of... Ich hab noch so viel zu Lehmtüren. Wenigstens hab ich nen Generator repariert. Alter, du bist... Warum hast... Warum tust du dich nicht in die andere Form? Du bist der Geist. Ich versteh das nicht. Ichcross geklater. Du bist die самоbeugst. Du bist das nicht. Ich bin tolle Geist. Du bist der Geist. Wie war das? Eine wird survive, ich war sie aber nicht, ich wollte nicht survive. Werde ich vom Haken holen trotzdem? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Damit hätte ich jetzt mal ganz und gar nicht gerechnet, dass es mal kein Camperkeller ist. Und wenn man auch mal was machen kann. Finde ich nett. Okay, haben wir schon alles? Komm, hör mal mit dem Scheiß auf. Wir wissen doch, dass es sowieso nicht eins meins. Dann denke ich mal ins Getümmel. Ja, Cockblock mich weiterhin. Ja, Cockblock mich weiterhin. Okay. Dann reicht's. Ja. Okay. rainy Uhr hängt. Ja. Ja, da genauso. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kenne das Spiel. Ich sag euch nur eins. Ich kenne das Tor auf, damit ich rauskommen kann. Hier auf der Seite war noch ein Tor. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich kenne das Tor auf, damit ich rauskomme. 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 Ich kenne das Tor auf.